Ich bezweifle, dass ich so schnell in Mikonos ankommen werde. Aua! Und bevor die uns rammen müssen, wir sie einfach rammen. Wir brauchen die Schöpfe! 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 machen können der holz ist wichtig weil feile der macht nur yoga der herabschauende hund sind die nett oder sind die die sind eher nicht so nett kann ich die killen muss ich die killen es ist ja schon der 20 und ich nicht da ist der schatz ich habe ich bin fast tot ich kann die gestritte droge ich kann es liegende wahl ross perfektioniert wir lassen sie da drüben mal die da drüben sein also wir gehen rein zünden an und gehen raus das ist der ort verbrennen wir ein paar waren da oben gibt es gar nicht rein und geht es denn sonst rein ich nehme an die sind wir auch nicht so gut gesünd jetzt rein so wo sind sie jetzt naja ist ja still und geh da ist ja auch noch jemand hallo tschüss sind es die sachen die ich kaputt machen muss da ist ja sämtliche waren im lagerhaus in brand da brennt da brennt nummer eins kopf geht jägers in seine nähe das ist ok ich die��ere ich bin 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 ich hab alles ich glaube ich muss nach wie man ich vergesse wieder worte beim schreiben in dem gammeligen pfannkuchen wann ist das denn passiert wer bist du denn bist du nicht mein bruder wer ist er denn jetzt nach die lila nach dir wer ist er denn ja der brennt der ist ein bisschen dumm so ist es liebe Kinder wenn ihr beim Spiel nicht aufhast brennt des an ihm im schritt hm Oh nein. Jetzt dachte ich kürzlich, ich hätte ihn getroffen. Warte, ich mach mal dich zuerst fertig, ja? So, schön bitte in einer Reihe anstellen. Also wenn da jetzt auch noch Ea kommt. Ich bin schön, wie er da hinten so steht. Ach Mensch, Mann, lass mich in Ruhe! Warte, lass mich wirklich mal in Ruhe. Weg. Weg. Aua! Noch einer! Was ist denn los mit euch? Weg, weg! Ich habe so ein Problem. Aua! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Geht da hoch! Warum stirbst du nicht einfach? Weil ihr auch nicht einfach sterbet. Huch! Ach, der da unten ist jetzt fertig mit denen! Du bist entschlossen! Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Wie in dem Lagerhaus? Das ist ganz praktisch jetzt gerade. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein Großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Kassandra. Ich würde dir auch danken, wenn ich wüsste, wer du bist. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Bist du auch ein Spion? Eine spartanische Taktik? Ich habe Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Anthusa hat ihre Heterin in jeder Ecke. Ob die jetzt wieder da sind, wenn wir hier fertig sind? Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Den Höker. Wir sind uns einig, dass er sterben soll. Aber uneinig wie? Was kannst du mir denn darüber sagen? Sparta hat also auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Ach ne, da ist sie ja. Dann ist eine Zusammenarbeit mit Anthusa... Ich finde es schön, dass wir uns alle auf diese Feuerpause geeinigt haben. Der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Sie ist aber langsam ein bisschen ungeduldig. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blut vergießen ersetzen. Ja, das ist wieder mal das schönste Spiel, seitdem es Spiele gibt. Aber ich bin jetzt wieder und liegt mich heier, heier. Gute Nacht, Christian. Dann... Gewalt. Dann ist es vorbei. Ich kann mir helfen, Hicke unschädlich zu machen. Ich kann helfen. Ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartanerin. Einst? Bis ich als Kind vom Taigettos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Ich bin hier. Du bist die Tochter von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier und du bist am Leben unmöglich. Ich habe überlebt, mich selbst großgezogen während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Danke! ich bin auf der suche nach meiner mutter und nur anzusa kann mir helfen ich habe brüchen auf meinem stuhl und entlohnt für seine loyalität aber er verschwand und seine leiche wurde nie gefunden der staat hat ihn für tot erklärt ist schon gut ich sah ihn zuletzt als ich ein kind war du weißt nicht zufällig etwas über sie oder ich weiß dass niemand solch eine tragödie alleine tragen sollte und ich hörte dass sie in dieser nacht sparta den rücken kehrte niemand hat sie vergessen soweit ich weiß wollte sie vergessen werden es gibt keinen weg zurück die vertriebenen finden immer wieder ihren weg nach hause die götter haben nur entschieden dass du dafür kämpfen muss das wäre nicht irgendwie einfacher gegangen kopf hoch spartiert einfach gibt es nicht wiedersehen dass wir sehen uns wieder ich werde mit ihr kämpfen sei mutig ja ich habe ich gekillt da kommt jetzt demnächst ja angelaufen doch da kommt doch so den restlich auch so hin perfekt ich habe zwei sollten er gekillt das ist doch nicht schlecht oder den hier gab ja die geliebte und das war falsch und astrapio ist der verbannte ach den habe ich entdeckt nie so sehr verdorbene sehr schön ja missionsziele ich habe das da gemacht muss ich wieder zu ihr sie ist da hinten ich muss schon mal kurz hier rüber wenn ich drücken denke ich daran dass ich irgendwann mal und dann weiter zur rufst ja es rennt ihr ja nicht nicht weg jetzt wollte ich schon sagen du kannst es ja immer spielen während ich auch jetzt in screed spiele aber in nächster zeit wird sie ja nicht mehr kommen sie ist in sicherheit sie ist also wirklich weg sie kommt nicht wieder danke ich gebe an tusa bescheid dann werde ich morgen wohl allein zum gebiet gehen und sie ist wirklich sicher ja klar hast mein wort so fest abgeschlossene folge dem brot das ist auch immer wieder zuerst so was ist das nieder mit dem hülkar von 15 16 die richtung kennt man da die ist doch in der nähe von is wir reisen da mal kurz hin bevor wir dahin laufen Ich versuche nämlich heute weiterhin, Assassin's Creed fertig vorzuproduzieren. Für die Umbauphase, sag ich schon, Umzugsphase. Und mir fehlen nur noch eineinhalb Stunden. Bis der Mai durch ist. Oder wir gehen einfach woanders hin. Das wäre doch viel einfacher. Überraschung. Da habe ich vor allem die anderen gekillt. Tag. Da muss ich nicht hin, aber ich kann da bestimmt hoch. Oder Mai? Was? Oder Mai? Was? Oder Mai? Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, dass keiner vergessen wird. Das sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen, aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Dann... Ich weiß nicht, ob wir das heimlich machen sollten oder nicht. Oder vor allen. Ja, komm, bringen wir ihn zum Theater. Einverstanden. Es wird ein Spektak. Triff mich und meine Mädchen dort. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welch Triumph sie erwarten wird. Wir gehen... Dein Ziel ist zurzeit vier Stufen über dir. Dann machen wir doch vielleicht noch eine andere Quest davor, ha? Wie schaut es denn aus mit meinem Inventar? Ich habe wieder lauter Sachen gekriegt. Da auch nochmal ein 19er Bogen. So ein 20er Bogen. Ich könnte einmal wieder zu einem Schmied gehen. Verschieße 5 Pfeile gleichzeitig. Ich habe bis zu 8 Sekunden. Ich würde das da... Ach so, er fordert Sperrstufe 5. Ich habe erst Sperrstufe 3. Das ist schwierig. Dann nehmen wir doch das da. Oh, vielleicht hätte ich auch den Kick nehmen sollen. Dann könnte ich noch weiter kicken. Ach so, halt. Ich wollte ein neues Quest machen. Ähm... Das Beste Ritte spüren. Hallo, Zane. Hallo, Zane. Hallo, Zane. Hallo, Zane. Hallo auf YouTube. Muss ich den nehmen? So, ich nehme einfach mal den. 1041 in die Richtung. Huch. Da sind wie das. Gehen wir doch mal hier hin. Komm, wir sind ein bisschen näher. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Ich kann mein Ziel wahrscheinlich von hier aus sogar sehen. Naja, fast. Wir müssen natürlich jetzt diesen ganzen Weg wieder runter, ne? Also diesen ganzen Berg, den ich jetzt hoch teleportiert bin. Das war nicht so smart. Das Baum schaut irgendwie nicht mehr so gesund aus. Der hat wahrscheinlich ein bisschen gebrannt. Oh Gott. Sprich doch nicht einfach. So. Wir haben was. Du brauchst einen Gleiter. Ja, ein Gleiter wäre echt praktisch. Schreien des Ahres. Geh doch weiter. Niemand darf mich sehen. Ich will auch gar nicht, dass sich irgendjemand sieht. Sonst einfach nur dahinter rein. Oh, Holz. Äh, wir glaub ich müssen nur noch einen Berg rauchen und Berge da runter. Naja. Hoppla. Blögt noch vor euch hin. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da mit Hippokrates machen sollten. Welch Klinik das ist. Ja, wahrscheinlich geht's um diesen Kult da, ne? Hm. Ah, wir sollten vielleicht wirklich ein bisschen Level bevor wir weitermachen. Ich werde mich aber auch mal so langsam zwitzeln. Ich hatte schon mal ein Homeoffice, aber ich bin müde. Okay. Dann gute Nacht dir, Dönki. Schlaf gut. Der Geburtsort der Medizin. Jetzt intimacyt man mich. Ich will eigentlich auch wieder. Aber ich hab morgen auch Homeoffice. Ich bin in der Nähe meines Ziels. Na ja. dann gehen wir doch da mal hin wenn wir schon mal gerade da sind ich hoffe die menschen hier sind auch wenigstens ein bisschen nett und wollen mich nicht alle sofort umbringen so